Kadambhasana, Gleichgewichtstellung auf dem Gesäß mit erhobenen Füßen. Ramani zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, jede beliebige sitzende Stellung. Von hier gib erst die Füße auf den Boden, die Füße zusammen, fasse mit den Händen an die Fußgelenke, hebe die Füße hoch und gib die Knie etwas auseinander. Eine fortgeschrittenere Variante wäre, du ziehst die Knie noch näher zu dir und neben dem Brustkorb, so weit wie es geht. Kadambhasana kann übersetzt werden auch als Gänsestellung. Kadamba ist eine Art von Gans. Man findet auch die Tradition, dass es nicht Kadambhasana geschrieben wird, sondern Kadambhasana mit einem kurzen A. Kadamba ist eine Art Baum, manchmal fälschlicherweise auch als Kürbis übersetzt. Eventuell kommt es auch von Kadamba. Kadamba ist eine südindische Dynastie, die in der Hauptstadt Banawasi gelebt hat, im Bundesstaat Karnataka. Und es wird gesagt, dass die Kadambhas letztlich Goa gegründet haben. In jedem Fall ist Kadambhasana eine Gleichgewissstellung, die du länger halten kannst. Es ist eine gute Massage der Bauchorgane. Nach altem Ayurveda und Hatha-Yoga ist sie gut gegen verschiedene Blähungen und kann helfen, dass die Luft aus dem Bauch entweichen kann. Kadambhasana hat auch etwas Meditatives, gerade wenn du sie länger hältst und dabei entweder an einen Punkt zwischen den Augenbrauen schaust oder nach vorne schaust, an einen Punkt an der Wand oder auch an ein Götterbild. Soweit zu Kadambhasana, eine Stellung, die zu den Gleichgewichtsübungen gehört und gerade für die tiefen Verdauungsorgane sehr gut ist. Alle Infos über diese und andere Asanas auf wiki.yoga-vidya.de SDR 2021 SDR 2021 SDR 2021 Vielen Dank.